Sie sorgt für reichlich Gänsehaut in den USA. Die 19-jährige US-Amerikanerin Miranda Barber steht vor Gericht wegen Mordverdachts. Laut einem Interview im Gefängnis soll die junge Frau mindestens 22 Menschen getötet haben. Die Kollegin fragte, hast du das schon mal gemacht? Ihre Antwort war, möchtest du die tatsächliche Zahl? Sie ist unter 100. Ihren eigenen Angaben zufolge sei sie Satanistin und habe nur schlechte Menschen getötet. Ihren ersten Mord soll Barber mit 13 begangen haben.